Prinzessin Lex und Prinzessin Presley, das ist Carina. Seid ihr echte Prinzessinnen? Natürlich, denn wären wir es nicht, könnten wir sonst das. Scheint wirklich schwer, was los zu sein da drüben. Die große Grabe begrüßt herzlich die Geburtstagsparty der Zielmann-Zwillinge. Hier sind eure krammen Kinder-Menüs. Macht euch auf eine magische Vorstellung gefasst. Bitte Applaus für Greta die Große! Greta! Große! Tschüss! Greta da! Ja! Ist das ein Leben, wie schön im Einklang mit der Natur zu sein. Im Whirlpool ist gerade Platz. Ich bin dran. Ich tue es nicht. Oh nein. Die Ferne ist her, das lieben wir sehr. Sind nur wie eine Dose, Kit. So mit seines Tollers genießen. Wir freuen uns, an der Baller zu sein ist der Hit. Die Woche ist zu Ende. Meine löchrige Hose spricht Bände. Und ich habe zwei linke Hände. Uns gehen die Reime aus, aber egal, denn es ist Wochenende. Hey, Linke. Hola, Familie, laut. Ich hoffe, wir fallen euch nicht zur Last. Ui, Jagger. Natürlich nicht. Wir haben absolut Platz für zwölf weitere Bewohner. Ja. Hey, du fasst meine Sachen an. Und ob ich die anfasse? Annie, Annie, Annie. Annie, Annie, Annie. Annie, Annie, Annie. Kick it, kick it, kick it. Kick it, kick it, kick it, kick it. Wie war das? Taddeus, du hast mir nicht gesagt, dass der Zirkus in der Stadt ist. Oh, und er ist in deinem Haus. Ach, du meine Güte, das ist kein Zirkus, du Trauen. Das ist ein Zelt zum Ausreuchern von Ungeziefer. Taddeus, 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 Taddeus. Haltet euch fern von mir. Ich will keinem von euch über den Weg laufen. Das gilt für das ganze Hotel. Der Konga-Tanz ist passé. Eine perfekte Zehn. Bruno gewinnt. Herr Bruno! Herr Bruno!